Mir ist eben gerade eine ganz beschissene Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar hier vorne, das ist eine Zecke. Die muss entfernt werden. Ich habe die Zecke entfernt. Und hier vorne, dieser kleine Punkt, das ist auch eine Zecke. Die muss auch ab. Ja, hier an dieser Kniekehle habe ich eine gefunden. Jawohl. Oh scheiße, mir ist gerade aufgefallen, dass ich glaube ich genau hier im Auge eine Zecke habe. Das heißt, ich muss den entfernen. Das wird richtig scheiße sein. Das ist die übelste Stelle gerade. Oh Mann. Schmerzt, ey. Das ist richtig scheiße, das rauszukriegen. Oh Mann, das... Boah, ich glaube, ich habe die Zecke endlich entfernt. Es war glaube ich die beschissenste Stelle gewesen, wo ich bisher eine Zecke hatte. Selbst eine Zecke direkt auf den Sack zu haben, war angenehmer als das hier gerade. Es war gerade so richtig mies und scheiße gewesen. Ich bin ganz gespannt darauf, wann ich Borulose und FMSE aus meinem Auge rausspritzen kann, um andere zu ärgern. Ich bin so richtig gespannt drauf. Zecken am Auge sind so richtig mies. also weiß ich da gargäts, ganz sicherlich. Ich bin so richtig drab. Ich bin so richtig, weil ich diese Grenzen. 사실CHL 잊plätze sein kann Boards!